In diesem Video erfährst du mehr über den Hotpot-Vulkanismus am Beispiel Hawaii. Hawaii ist eine Inselkette im Pazifischen Ozean, welche seit 1959 als 50 Sekunden Start den Vereinigten Staaten angehört. Hawaii hat ca. 1,3 Millionen Einwohner und eine Fläche von ca. 28.300 Quadratkilometer, die jederzeit wegen vulkanischen Aktivitäten variieren kann. Doch dazu jetzt mehr. Hawaii ist durch den Hotpot-Vulkanismus entstanden. Hotspots sind heiße Flecken im Erdmantel. Wegen starken Temperaturerhöhungen werden Gesteine im Erinneren geschmolzen. Dabei handelt es sich um Wärme, die im Erdkern durch radioaktive Zerfallsprozesse freigesetzt wird, sowie Restwärme aus der Entstehungszeit der Erde. Es entstehen Aufschmessungszonen und diese Aufschmessungszonen machen sich auf der Erdoberfläche durch Gebiete mit vulkanischer Aktivität bemerkbar. Und nun kommen wir zum Aufbau eines Hotspots-Vulkans. Ein Hotspots-Vulkan wird von einer riesigen Magmaströmung aus dem Erdinneren gespeist, die ein Aufschließkanal des Magmas bildet und Diapir genannt wird. Der Diapir befindet sich an der Stelle. Diese Diapire beginnen wohl an der Grenze von Erdkern und Erdmantel in fast 3000 Kilometer Tiefe. Und ein Strahl aus Magma mit einer Dicke von mehreren 100 Kilometern Durchmesser bewegt sich Richtung Erdauerfläche. Hierbei bildet er zunächst einen Diapir-Schlauch, der sich hier befindet, und in der Nähe der Lithosphäre, also die Lithosphäre ist eine feste Gesteinshöhle, die die Erdkruste und den äußersten Teil des Erdmantels umfasst, einen Diapirkopf und durchbricht schließlich auch die Erdkruste. Der Diapirkopf befindet sich dort und dann die Erdkruste. Ja und dann entsteht somit ein Hotspot-Vulkan, der sich am Ozeanboden aufbaut und vom Teil bis über den Meeresspiegel sich aufragt. Ja und dann hier der Hotspot-Vulkan. Hier ist ja nochmal die ganze Abbildung nochmal genau in Sicht. Ja und dann bei einem erneuten Magmaaufstieg, da hat sich im Fall Hawaii jetzt die pazifische Platte sich weiter bewegt, wiederholt sich dieser Vorgang und ein neuer Vulkan entsteht. Ja und ältere Vulkane verlieren irgendwann ihre Verbindung zur Magmaquelle des Hotspots, das heißt der Magma-Kanal oder auch Nabelschnur genannt, zum Vulkan reißt ab. Das liegt daran, dass der Hotspot ortsfest ist und über diesen sich die Pazifische Platte im Beispiel Hawaii in nordwestlicher Richtung hinweg bewegt. Also darin erkennt man, dass Hawaii der Hotspot ist und sich die Pazifische Platte in nordwestlicher Richtung bewegt. Ja und so entstehen lange Inselketten aus erloschenden, zunehmend älteren Vulkanen. Aber auch die Ausbrüche aktiver Vulkane, die sich momentan nur auf der Hauptinsel Hawaii befinden, lassen neue Inseln entstehen, wie zum Beispiel die jetzt südostlich von Hawaii und noch rund 900 Meter unter dem Meeresspiegel liegende Insel Loihi. Und ja und so dem Hotspot haben wir auch noch ein kleines Experiment vorbereitet. Die Kerze symbolisiert den Diapier. Diese Diapiere wurzeln tief im Erdmantel, sodass ihre Position als fest angenommen wird. Die darüber liegende Lithosphäre heizt sich auf und wird herausgehoben. Da stellen die schwarzen Flecken dar und dadurch entsteht ein Hotspot. Die über dem Hotspot liegende Erdplatte, also die Glasscheibe, bewegt sich über demselben hinweg und lässt eine Vulkankette entstehen. Und daraus kann man nun mal erschließen, dass sich nicht der Hotspot oder der Diapier bewegt, sondern sich nur die Erdplatte darüber bewegt. Im Untertitelung des ZDF, 2020